Gestatten? Alexandra Gromadowska und Katarzyna Kuszuek aus Polen. Das sind die beiden Überraschungssiegerinnen von Duisburg, als 16. und letzte der Setzliste den Turniersieg geholt. Wir sind müde, aber das macht gar nichts, weil wir so glücklich sind. Wir hatten gehofft, unsere Stärke fürs Finale zu behalten, haben an uns geglaubt und gewonnen. Wir haben die letzten 12 Spiele ganz gut verkraftet und da ist es echt egal, ob wir jetzt müde sind. Wir haben alles gegeben und gewonnen. 13 Partien insgesamt, 6 davon überstanden die beiden Polinnen in der Qualifikation. Das erste Spiel in der Hauptrunde, gegen die beiden Finalgegnerinnen noch verloren und dann über die Verliererrunde, dieser unglaubliche Lauf. Die Leute hier und auch die Atmosphäre sind unglaublich. Wir haben uns auf den Plätzen so gut gefühlt, auch auf den Nebenplätzen. Und so viele Leute waren da und haben uns klasse unterstützt. Einfach großartig. Nur zwei Sätze brauchten Gromadowska und Kuszuek gegen Schumacher Behrens. Mit der Maximalzahl an Spielen als Letztplatzierte der Setzliste den Turniersieg geholt. Ein Novum auf der Smart Beach Tour. Ein Laufenspitzanschein auf einer polnischen Gehe.